Willkommen zu Let's Play! Pilot Wings! Der Launch-Hit des Super Nintendo zum Start der Konsole, gleich nach Super Mario World und F-Zero. Aber eben auch ein Nintendo-Franchise von Produzent Shigeru Miyamoto. Und das Spiel sollte damals vor allen Dingen die technische Überlegenheit des neuen 16-Bitters präsentieren. Das Stichwort lautet hier Mode-7-Technologie. Es gibt da also diesen einen glatten, ebenen Untergrund, platt wie ein Stück Papier. Aber da das gerendert wurde, kann man es in 3D betrachten. Und das war der große Wurf auf den Super Nintendo. Also benutzt auch das erste Super Mario Kart, benutzt auch das erste F-Zero. Und besonders bei Pilot Wings hat man damit viel herum experimentiert. Jetzt muss man sagen, da eben das Super Nintendo auch vor allen Dingen aus vielen, vielen kleinen Pixeln besteht, sieht das Spiel heutzutage eigentlich gar nicht mehr so krass aus. Wenn ihr es nochmal zockt auf dem SNES Mini oder auf Nintendo Switch Online, dann sieht das deutlich verpixelter aus. Hier nochmal ein Vergleichsvideo. Was ich hier nämlich benutze, ist ein Mode-7-Upscaler des BSNES-Emulators. Ja, wir behelfen uns und machen das Spiel so schön, wie es nur irgendwie möglich ist, weil wir es eben besser rendern, als es das Super Nintendo konnte. Ja, und wir spielen das Ganze in 16 zu 9. Allerdings, Freunde. Wir starten mal rein. Es werden voraussichtlich vier Parts. Es sind, sagen wir mal, zehn Level. Funktioniert mit Passwortsystem. Also gibt euch mal Speicherdaten. Und, Freunde, rein da ins Vergnügen. Es ist auch ein bisschen witzig, auch wenn es damals vor allen Dingen eine Flugsimulation sein sollte und in Konkurrenz mit dem Microsoft Flight Simulator treten sollte. Aber es wurde ein bisschen mehr, ein bisschen auf lustiger getrimmt. Trete jetzt dem Flugclub bei. Hast du nicht auch schon immer davon geträumt zu fliegen? Der Flugclub bietet eine Vielzahl von Luftsportarten, die sie begeistern und herausfordern. Wagen Sie den ersten Schritt und erwerben Sie Ihren Führerschein. Lektion 1 oder Unterrichtsstunde 1. Hi, ich bin Tony und ich bin dein Lehrer für den ersten Bereich. Unsere Lektionen beinhalten ein paar Basislandungen mit dem Flugzeug und Falschirmspringen für Genauigkeit. Ganz genau. Also, ich muss zwei Sachen schaffen. Das ist quasi das Gebiet, um das es geht. Jeder der vier Lehrer hat ein eigenes Gebiet. Dementsprechend gibt es insgesamt vier Gebiete. Das erste sieht so aus. Sehr simpel. Also eine Flugzeuglandebahn und ein Landeplatz für den Falschirm. Ich brauche 120 oder mehr Punkte, um ins nächste Level zu kommen. Normalerweise sind 100 Punkte die maximale Anzahl, aber mit Bonusleveln können wir noch mehr schaffen. So, das Flugzeug. Das kennt man. Das gibt es nämlich in jeder Lektion. Folge den grünen Punkten, dem Weg und dann lande auf der Landebahn. Manöver mit A, Scoring. Also, wir können uns unser Flugzeug nach vorne oder hinten bewegen und beschleunigen oder abbremsen. Gehen wir einfach mal rein. Wir starten mitten in der Luft, weit entfernt von der Landebahn. Ihr seht oben rechts zum Beispiel Fuel für die Benzinanzeige. Die sollte uns in der Regel nicht ausgehen. Dann 99 ist quasi das Gas, das ich gebe. Ich habe voll beschleunigt. Feed ist eben die Höhe. So, und ich versuche diese grünen Punkte abzupassen, wie gefordert. Bewege dabei in der ersten Lektion gar nicht links und rechts, dann bleibe ich komplett gerade. Und ihr seht, wir verlieren an Höhe. Jetzt gehe ich vom Gas runter. Ihr seht oben die Anzeige drunter. Und dann kann man ohne Bruchlandung sicheren Boden erreichen. Und das war dann auch schon die einfache erste Mission. Mhm. Landung okay. Mehr als das. Schaut ihn euch an. Der Tony ist ganz begeistert. Wow, what a knackert. 100 von 100 Punkte. Genauigkeit, alle 50 Punkte. Von der Zeit her gut. 20 von 20. Die Position, Angle und Beam, das sind die Punkte halt. Die müssen wir alle mitnehmen für die volle Punktzahl. Und damit. Ja. 100%ig richtig. Also, ich brauche nur noch 20 Punkte, um mich für das nächste Level zu qualifizieren. Du hast dich fast zertifiziert. Deswegen machen wir weiter. Und können sogar jetzt sehr schlecht abschneiden. Beim Fallschirm springen. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben. Manövre dich. Ja, bewege dich durch drei Ringe im Fallen. Und lande innerhalb der gelben Ziel. Innerhalb des gelben Zielbereiches. So, da gucken wir uns die Steuerung an, ne? Den Fallschirm öffnen mit A. Und ansonsten bewegen wir uns mit dem Steuerkreuz. Das sieht so viel besser aus hier. Mit unserem... Also wirklich, es sieht so pixelig aus. Ich habe ja Pilotwings schon mal Let's Play 2011. Und das sieht nicht so aus. Und ihr seht auch, mit 16 zu 9 ist kein Problem. Ihr könnt zum Beispiel oben erkennen, an diesem grauen technischen Bereich, wie breit das Bild normalerweise wäre. Und das funktioniert eigentlich recht tadellos, wie ich das so sehe. So, ich muss mich noch ein bisschen drehen und bewegen, um richtig durchzufliegen. Das waren auch schon die Ringe. Und... Kriegen wir sogar Bescheid. Wir können natürlich vorher oder nachher den Fallschirm ziehen. Aber es wäre suboptimal. So, 70 Punkte sind da. Aber wisst ihr was? Ich brauche natürlich, ne? Ich gehe aufs Ganze. Gehe das Risiko ein. Und versuche mich an den 100 Punkten. So wird's gemacht. Ist eine bewegliche Fläche. Aber in Level 1 dennoch noch relativ einfach. Und außer in den Flugzeug-Stages gibt's halt auch ein Bonus-Level. Wenn man auf eine solche bewegliche Plattform landen kann. Und da wird's ein bisschen lustiger. Wir sind jetzt ein Pinguin im Schwimmbad. Ja, so sieht's aus. Und da springen wir ab. Und müssen ohne Fallschirm zusehen. Möglichst viele Bonus-Punkte noch zusätzlich dazu zu bekommen. Bullseye! Haha! Perfekte Punktzahl! Einziger Nachteil bei Bonus-Stages. Haben die nicht so ein ausrastendes Gesicht. Aber er fragt mich, war das kein Spaß? Doch, das war ein Riesenspaß, ne? Damit die Maximal-Punktzahl von 250 Punkten. Ja, mehr als das Doppelte, was verlangt wurde. Ja, Glückwunsch! Du hast dich nun zertifiziert. Ja. Lizenz A. Dieses Dokument bescheinigt dir, dass du eine internationale A-Fluglizenz erhalten hast. Und deine Lizenz-Nummer ist auch dein Passwort. Ganz richtig. Da die Nummer 98-52-06. Die könnt ihr euch aufschreiben. Und beim nächsten Mal, wenn ihr euer Super Nintendo anmacht. Also, das könnt ihr auch benutzen, ne? Es ist jetzt für jedes Level einfach nur ein Passwort. Und dementsprechend hat nichts mit den Punkten zu tun. Weiter geht's. Level 2. Mein Name ist Shirley. Und deine nächste Unterrichtsstunde beinhaltet den Raketengürtel. Aber eine Art Chatpack ist gemeint. Wenn du fliegst, kannst du deine Ansicht ändern, indem du L oder R drückst. Das ist jetzt also die zweite, ja, Plattform. Mit zwei Fluglandebahnen. Aber wir nehmen nur Rücksicht auf die größere. Und auf das Target werden wir sowohl mit dem Fallschirm als auch mit dem Rocket Belt landen. 220 Punkte sind verlangt. Dann beginnen wir doch einfach schon mal mit der großen Neuerung. Und das ist ein Riesenspaß. Das habe ich mir immer vorgestellt, wie das wäre. Fliege durch die drei Ringe und lande auf der Zielscheibe. Du verlierst Punkte, wenn du zu früh landest. Auch da gucken wir uns mal die Steuerung an. Wie gesagt, mit L und R ändern wir die Ansicht. Ansonsten haben wir mit A die Schnellen und mit B die Langsam-Jets oder Beschleunigung. Let's go, Shirley. Das hier ist halt ein Traum, ne? Das habe ich mir schon immer gewünscht. Privaten Rocket Belt haben und damit einfach mal in die Innenstadt düsen und mal schnell was holen. Also ab durch die drei Ringe. Die sind so gekennzeichnet. Die kleinen Punkte werden dann zu großen rotierenden Ringen. Ja, das ist ganz 3D hier. Da lernt man diese Steuerung so ein bisschen. Das war's auch schon. Wenn wir mit den Füßen auf den Boden kommen, gibt es Punktabzug. Zwei Punkte. Es sei denn, es ist auf so einem, ja, weißen Punkt. Da macht's boing. Boing. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es erinnert mich schon immer an Luftpolsterfolie, die man gerne zerknautscht. So, und jetzt müssen wir nur noch landen. Da gibt's wieder die 70 Punkte. Ich drück mal R, dann könnt ihr auch genau sehen, wie man hier auf die 70 kommt. Aber ihr wisst, das ist gar nicht mein Anspruch. Nee. Zumal ich L und R hier gar nicht gerne benutze, sondern die Dreidimensionalität auskoste. Ich nehme natürlich wieder Kurs auf die bewegliche Plattform für eine Bonus-Stage. Und das ist mit dem Rocket Belt noch verhältnismäßig einfach, hätte ich gesagt. Ich finde halt, der Rocket Belt ist nicht nur das einfachste, sondern damit auch das spaßigste Gadget im Spiel gut zu kontrollieren. Und deswegen. Und sein Bonus-Level macht uns zum Birdman, die simpelste Form des Fliegens. Wir haben Flügel. Und hier macht es absolut Sinn, mit L und R die Ansicht zu wechseln. P steht für Points. Können 5 oder 10 Punkte sein. Absolut. Random generiert. Aufs nächste Trampolin und hoch hinaus. Guckt euch das an. Am Ende haben wir nochmal so eine Markierung, wo es nochmal die Endpunkte gibt. Aber da müssen wir erstmal hin. Wusch. Ja, das Trampolin möglichst weit unten frappieren. Jetzt halte ich auch zurück. Es sieht so aus, als würde ich paddeln. Ja, es ging nicht. Ich muss mich zumindest in die 15 retten. Das ist halt schwierig. Schaut, ich habe das Trampolin extra an der untersten Stelle nochmal berührt. Aber trotzdem komme ich nicht zur 30 hin. Manchmal steckst du nicht drin, ne? Was it luck? Oh, was it skill? Das war das Skill, meine Liebe. Also wenn wir jetzt schon hier 140 Punkte haben, dann könnten wir sogar eine Aufgabe skippen. Wenn wir es jetzt halbwegs normal machen und mindestens 80 Punkte mit dem Flugzeug oder mit dem Fallschirmspringen schaffen. Was wir jedoch gar nicht mal wollen. Ne? Das wollen wir ja überhaupt nicht. Ich würde sagen, ich tue das Skydiven einfach mal in den Sand setzen. Ja. Dann, es ist halt wirklich so. Dann würde ich jetzt das Flugzeug nicht mehr machen, wenn ich das gut schaffe. Manövriere dich durch die fünf Ringe und lande innerhalb der gelb markierten, des gelb markierten Bereiches. Das hier kann man auch beschleunigen, indem man A drückt. Dann ist man direkt oben auf 3800 Feet. So viele Füße sind wir hoch. Und die Ringe sind jetzt ein bisschen kleiner, blauer und verteilter. Nach dem dritten. Die Richtung wechseln. Aber damit wir nicht zu viele Punkte haben, werde ich einfach mal vergessen, wie man den Fallschirm zieht. Das wird eine schmerzhafte Erfahrung. Ein bisschen witzig. Der Grundtilder Graben. Und da ist die Shirley ganz traurig. Was hast du versucht zu tun? Ich habe mal... Entschuldige mal bitte, dass ich gerade gestorben bin. Also ich kriege nur die 20 Punkte vom Ring. Aber ich brauche ja noch 55 Punkte. Und deswegen können wir es schaffen. Wenn man es schon nicht mehr schaffen kann, dann werden die es dir sagen. Und ich glaube, dann kann man gar nicht mehr weitermachen. Aber sonst hätte ich halt jetzt in dem Falle das Flugzeug bei Shirley übersprungen. Okay, haben wir drüber geredet? Haben wir verstanden. Fliege durch die drei Ringe und dann lande auf der rechten oder linken Landebahn vor dir. Und das werden wir tun. Wie bei Toni starten wir in der Luft. Beschleunigen erstmal wieder. Nur jetzt ist es halt mit links und rechts. Dies, das. Das sind die drei Ringe. Natürlich macht die größere Landebahn auf der, von uns aus gesehen, linken Seite mehr Sinn. Aber jeder, wie er will. Jetzt geht vom Gas mal runter. Versucht ein bisschen an Tiefe zu gewinnen. Die meckern immer von der Höhe. Risiko, Freundchen. Und da passiert halt auch schon mal schnell eine Bruchlandung. Das ist wahr. Möglichst mittig. Gut, da ist das Mod 7 ein bisschen da rumspacken. Ich sag's, wie's ist, ne? Aber die Ladung ist voll in Ordnung. Nicht perfekt. Also frame-perfect ist da nicht drin. Guck mal, nur drei von, äh, fünf von 30 Punkten. Das, das erschüttert mich. Aber alles andere, hast du gut gemacht. Alles andere passt. Damit haben wir die 240 Punkte. Glückwunsch, du wirst wirklich gut werden. Ich bin schon gut. Lizenz B. Es ist komisch, dass man erst Lizenz A und dann Lizenz B bekommt. Ich hätte andersrum gedacht. Dieses Dokument zertifiziert dich, dass du die internationale B-Klassen-Lizenz zum Fliegen erhalten hast. Und das ist dein Passwort. Sehr gut. Machen wir weiter mit dem dritten Level. Dein Lehrer Lance hier. Jetzt fliegen wir mit dem Hangclider. Du solltest dich an eins erinnern. Sobald du deine Aufgabe erledigt hast, lande! Das habe ich vor, mein Freund. Und das ist Lances. Äh, Insel? Insel. Und die kennt man auch aus Super Smash Bros. War auch schon auf Smash Wii U dabei. Sehr schön, ne? Die Kampfstage dort wechselt zwischen dem Super Nintendo Pilotwings und dem Pilotwings Resort für den 3DS. Also es gibt insgesamt drei Teile. Pilotwings fürs Super Nintendo, Pilotwings 64 fürs Nintendo 64 und wie gesagt Pilotwings Resort für den 3DS. Wir brauchen 220 oder mehr Punkte, um zu passieren. Hangclider-Goal. Bei Lance fehlt uns der Fallschirmsprung. Stattdessen haben wir jetzt einen Hangclider. Und das ist wiederum das schwierigste Vehikel im Spiel. Und deswegen beginnen wir damit auch mal. Aber die erste Aufgabe geht noch. Also fliege durch den Thermalstrom, um an bis zu 500 Feet Höhe zu gewinnen. Und dann lande auf der Zielblattform. Steuerung. Nase hoch, Nase runter, links, rechts. Flare Quick Turn. Na gut. Und ich finde, das sieht interessant aus, oder? Das Flugzeug kapselt sich jetzt ab. Und wir sind ganz dem Wind überlassen. Im Gegensatz zum Rocket Belt, den ich privat echt mal gerne ausprobieren würde. Auch wenn er natürlich nicht ungefährlich wäre und so. Also, hierzu kriegen mich keine zehn Pferde. Hangclider. Diese Wolken ist der thermale Aufstrom. Hier geht es hinauf. So 500 Feet. Und dann soll ich auch schon landen. Ich soll nur hoch, um dann runter zu kommen. Ist klar. Ich drehe eine kleine Runde. Nee, finde ich viel zu gefährlich. Keine Ahnung, sich da einfach so dran zu halten. Die Bonus-Stage wäre hier links. Dieser kleinen Plattform. Aber die zeige ich lieber in der vierten Area, weil da finde ich es ein bisschen leichter. Mit dem Hangclider die Bonus-Stage zu erreichen. Im Gegensatz zu Lance. Das ist also hier die normale Lande-Plattform. Finde ich gar nicht so einfach, wirklich. Das ist eine merkwürdige Steuerung. Aber Lance weint vor Freude. 95 Punkte. Oh, das ist nur großartig. Was will man mehr? Oh, es sieht ja einfach aus, oder etwa nicht? Das tut es. Ich würde vorschlagen, wir machen mit dem Flugzeug weiter. Weil wir da ohnehin nicht mehr als 100 Punkte bekommen können. Dann haben wir am Ende auch noch den Rocket Belt mit Lance. Also, diesmal hebe ab, dann fliege durch die Ringe, die über den Kurs verteilt sind, und lande auf der Landebahn. Da kennen wir die Steuerung bereits. Flugzeug zum Dritten. Also das Flugzeug ist immer dabei. Abheben, indem man halt erstmal Gas gibt mit dem A-Knopf auf SNS-Controller. Dann kommen wir auf die 99. Wie gesagt, das ist das Gas, das wir haben. Ja, selbst solche Hobby-Flugzeuge, so Doppeldecker, fände ich zu gefährlich. Ja, Freunde, ich habe sogar Schiss vor einem großen Passagierflugzeug. Bin ich noch nie geflogen. Auch wenn meinem Kopf bewusst ist, dass man da keine Angst haben muss, wenn man sich anschaut, wie viele tagtäglich fliegen, wie viele Millionäre irgendwie jeden Tag rumfliegen. Und dass man mit dem Flugzeug in der Luft eigentlich sicherer ist, als mit dem Auto auf der Autobahn. Das ist im Grunde viel gefährlicher. Oh, da wird jetzt aber... Wie gesagt, ist ja eigentlich nicht auf dem Super Nintendo vorhanden gewesen. 16 zu 9. Und ich dachte, diese Option ist vermutlich besser, als euch da an den Runden zu klatschen. Weil oft sieht man da ein bisschen mehr, aber jetzt sind wir, glaube ich, so weit von der Insel weggeflogen. In der Startmache sehen wir auch die Position mitten im Meer. Da ist jetzt ein anderer Chunk geladen. Das sind ganz viele Ringe, die wir durchfliegen müssen. So ganz unten nach ganz oben, 250 Feet hoch. Das macht schon Spaß, ne? Also es waren... Ja, also bin ich jetzt wieder nah genug. Ja, guckt euch an, wo die Insel ist. War ein Kindheitsspiel, ne? Ich hatte es für Super Nintendo schon ganz früh. Und wir waren als Kinder natürlich viel zu blöd dafür. Aber in unserer Spielanleitung stand hinten, da gab es auf den letzten Seiten Notizen. Und es war gebrauchtes Spiel. Und in der Spielanleitung standen die ganzen Passwörter drin. Und deswegen konnte ich als Kind auch schon alles ausprobieren. Bevor ich überhaupt in der Lage war, wie man richtig landet oder so. Jede Mission einmal anzuschauen. Ja, nicht ganz mittig. Aber ich fand, es wäre so ein bisschen schwieriger zu landen. Der Wind kam von der Seite und wir hatten so einen kleinen Schwung gehabt. Das reicht jetzt also für 85 Punkte. Wundervoll! Das heißt, wir brauchen nur noch 40 mit dem Rocket Belt. Und daran wird es nicht scheitern. Soll ich euch ganz im Ernst. Warum? Was ist eigentlich mit Lance los? Hat er sich nicht eingecremt in der Sonne? Oder warum? Wie ist das? Der ist zu viel. Der ist zu viel an der Sonne, du. Der hat sich nicht... Nee, nee. Alles klar. Ja, das gibt auch stimmungsvolle Musik. Wenn du zu wenig Punkte hast, es kommt auch ganz traurige Musik. Aber jetzt der Rocket Belt mit Land. Berühr die drei Green Bar Shaped Beans. Land on Target over the Water. Na klar, das machen wir. Hier jetzt also dasselbe Prozedere, nur dass man nicht durch Ringe hindurch fliegt, sondern an diese Säulen aus grünen Punkten. Erfordert ein bisschen präzisere Steuerung. Aber wie gesagt, das läuft relativ leicht. Also mit dem A-Knopf hier, dieser blaue Beam, der uns schnell beschleunigt. Und mit B gibt es diesen... Kann auch vor und nach hinten, ne? Ist klar. Macht schon Spaß. Ich glaube, es gibt sogar coole Pilotwings SNES Hacks. Mit neuen Arealen. Finde ich zumindest sehr interessant, wenn man das machen würde. Denn die Nachfolger sind nicht zu vergleichen, leider. Jedes Pilotwings ist wieder komplett anders. So, wir landen jetzt also auf der kleinen Plattform. Die ist deutlich kleiner. Also ich könnte auch da landen oder da. Aber ich nehme wie immer die bewegliche Plattform. Ich glaube, nur die führt uns auch zu Bonus-Stage. Der Wind nervt. Aber passt. Aufpassen. Manchmal dotzt der ab. Dann springt man nochmal so auf und das ist dann nicht so cool. Flyman. Das ist eigentlich die erste Flyman-Stage. Ich weiß nicht, warum das bei mir jetzt andersrum war. Wir haben quasi die schwerere Flyman-Birdman-Challenge zuerst gemacht. Lass man mal die leichte Version haben, aber meinetwegen. Punkte, Punkte, Punkte. Und dann zieh. Ich glaube, hier möglichst nach vorne. Ich versuche noch ein bisschen zu drücken. Kommen wir in die 30? Ah, leider nicht. Oder? Doch, doch. Ich wollte noch abdrehen für die 15 wenigstens. Weil um die 30 ist natürlich nur 5 rum. Aber passt, wackelt unter Luft. Sehr gut. Und damit 335 Punkte. Geht besser, aber absolut mehr als genug. Für die Zertifizierung. Die Silber-Lizenz. Glaubt ihr das Passwort? Ich würde sagen, die ersten drei Lektionen von Tony, Shirley und Lance. Bildeten einen wunderschönen ersten Part. Im zweiten machen wir den letzten im Bunde. Big L. Und den in Anführungszeichen Bosskampf. Was uns sehr erwartet. Das wird sehr überraschend sein. Und dann gibt es das Ganze nochmal im Hard Mode. Ich hab dich Freude meines Lebens. Es ist ein großer Spaß. Ich hoffe, ihr gebt dem Let's Play auch einen Daumen nach oben. Und gönnt euch diese vier kleinen bescheidenen Parts. Die freuen sich sehr, wenn ihr ihnen eine Chance gebt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis dann und ciao.